Marmeladen Toast sind aber auch echt... oh Emerald Planes Jekyll, boah, unbedingt Jekyll und Cavera eigentlich raus. Neue Maps, Jekyll, Cavera, weg. Lass mal nicht Cavera bannen. Weil ich... ich überhaupt Cavera auf dem Account? Ich hoffe. Das Problem ist nur, dass jetzt wahrscheinlich... ah, die bannen eh Cavera. Safe. Usen wir doch einfach mal ne Finca auf der neuen Map, würde ich sagen, oder? Macht man das nicht so heutzutage? Die Frage ist, werde ich bei Finca bleiben? Eigentlich sehe ich mich eher auf was anderem. Ich glaube, ich spiele eine aggressive Osa. Ich glaube, Osa sehe ich mich. Ach, nööööö. Natürlich ist es ein Legion, der um die Ecke spielt. Wer riecht denn? Ach, da war irgendwo ne Cam? Ah, okay. Aber er war sehr gut auf dem Kopf, muss ich zugeben. Ah, aua. Das tat wohl richtig weh. Yo, ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke für deine Streams und den Videos allgemeiner Content. Ich liebe es immer, deine Videos zu schauen, wenn es mir gerade nicht gut geht und so weiter. Alter, ich schaue sie mir immer nach der Schule an und schaue immer deine neuen Videos. Du bist einer der Beste. Alter, lot snipes. Vielen Dank für deine netten Worte, Bro. Much appreciated. Und... Ach, body shoot muss doch nicht sein jetzt. Also, na hör mal. Aber mein Entry war sehr schön. Das freut mich. Das ist unranked, das ist ranked. Richtiges, echtes, waschechtes. Es geht um Leben, Ehre und Mütter. Es ist ranked. Oh, der Maverick ist ein kleiner Noah. Was war das denn? Ich bin sehr nah. Ich weiß nicht, es sollte fit sein, aber okay. Für mich war das ein Headshot da eben als ich geprüft habe, aber das glaube ich eine Kugel oder zwei haben geskippt. Unlucky sehr unlucky also in meinem in meinem Buch, warte kurz, in meinem Buch war das auf jeden Fall ein Headshot. Hast du mich manchmal. You saw his head, hallo Marley. Aber Thaun Shotgun sehr respectable muss ich sagen. Kann man also wirklich, fuck. Aber Osa macht sehr viel Spaß auf der Map. Schade ey, also den Jäger eben an der Bombe hätte eine Bombe geben sollen, aber der Thaun eben auch. Das macht mich echt traurig. Das waren zwei Headshots hier eigentlich 3-1. Und ich das Game einfach dachte, oh no. You ain't getting no beef today. Okay. 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 grabbar Go away You. Fährbar Hey. In welcher Ecke, ist er denn? Legion, du kleine hässliche tier join Lone Ops, danke für deinen Sub. Eine hässliche Ratte, Junge. Ja, Pinker. Wir wissen alle, dass das ein Kill wird. Oder auch nicht. Wir wissen es doch nicht alle. Ein Legion, der still in der Ecke sitzt, während zwei seiner Mates gekillt werden, ist leider auch für mich nicht möglich zu killen. Es gibt manche Leute, die sind einfach talentierter als man selber und damit muss man halt auch leben können. Wie geht es der Familie? Eigentlich ganz gut, nur meine Oma hat sich Corona eingefangen, aber es scheint ihr auch ganz gut zu gehen. Nur starker, sehr starker Husten. Aber meine Oma hat jetzt auch irgendwie keine Probleme mit der Atmung oder der Lunge oder so, deswegen denke ich, dass sie da nicht so sehr betroffen ist, weil sie auch geboostert, geimpft, geschminkt, gelimpft ist. Ja, muss Soundzern. Ich wusste nicht, ob die oben oder unten ist, deswegen musste ich so einen komischen Move machen. Aber ich wusste nicht, dass das eine Tür ist und kein Fenster. Auf PING, auf PING. Leiste Seite, at least ein Finger. Gridlock ist auch da. Und ich denke, er ist auch da. Das ist gut. Ach, schade, ich dachte, die wäre viel closer, aber es ist halt Gridlock, die macht lautere Steps. Schade. Ich glaube, es wäre auch actually smarter gewesen, mit der Pistol reinzugehen und nicht mit der Shotgun. Aber sowas weiß man halt immer erst danach, leider. Anderslim, danke für den Follow. Aber ich habe trotzdem Bock auf Cabrera und ich werde die auch weiterspielen. Es gibt actually sehr, sehr guten Sound in Rainbow. Du musst nur wissen, wie du den Sound am besten in dein Ohr bekommst. Ausrufezeichen Hörlux. Code JR10 für 10% Rabatt. Und das Leben genießen, wie noch nie zuvor. Auf der Seite. Nee, Cabrera bringt hier nichts. Eigentlich denkt man immer, okay. Cabrera ist gut auf neuen Maps. Auch wenn die Map sehr groß ist. Aber das Gegnerteam, ich weiß nicht, ob das ein Fullstack ist, aber das Gegnerteam geht halt immer oben rein. Von einem Fleck. Und... Ja. Von einem Fleck greift das immer sehr, sehr... ...strategisch an und keiner geht alleine. Deswegen bringt hier Cabrera gerade gar nichts. War sogar jemand. Raw Alibi. Ich wusste gar nicht, dass da ein Raum ist, wo man rein kann tatsächlich. Aber auf neuen Maps kann sowas tatsächlich auch mal passieren. Ich wollte eigentlich den Monty suchen, aber ich glaube, die hatten gar keinen Monty. Das wurde dann zu meinem Verhängnis. War das ein 4K von Frost? Stark. Stark, stark, stark. Ich glaube, Cabrera ist doch actually Stonks auf einer neuen Map. Anders als Cabrera. Ich bin nicht gepartnert mit Aimlab. Ich arbeite mit Aimlab zusammen für drei Monate. Und danach guckt man, ob man daraus eine Partnerschaft macht. Oder eben nicht. Der Map sieht auf jeden Fall nice aus. Das stimmt, ja. Ich habe keins mehr. Sehr gut. Ich habe den Aruni. Nice, nice. Sehr schön. Der Gunner. Ich glaube, ich habe irgendwie Lust auf das Spielweite Osa, weil das andere macht irgendwie keinen Sinn. Osa ist einfach so ein guter Operator, wenn du die Map nicht kennst. Du kannst mit deinem Schild vor scouten. Hast aber trotzdem noch eine gute Waffe. Ganz stark wäre er Jackal auf jeden Fall. Aber ich glaube Osa auch strong. Ich finde es auch cool, dass die Leute jetzt nicht so sind mit, oh ne, neue Map spielen im Rank, das will ich nicht, das will ich nicht, sondern dass die Leute auch actually darauf brennen, mal endlich wieder eine neue Map zu spielen. Das gefällt mir sehr. Letzter Tag als Team, seit sie Cabrera haben. Can you make some Cabrera haben? Ich habe Cabrera. Ich habe Cabrera. Nice. Cabrera? Wow. Oh wow, I'm so sorry, no prob. I'm gonna make some more holes, man. GG. GG. Sehr schön. Emotional damage. Sehr schön, letzte Runde für den Stream. Und auch schön auf der neuen Map. Das gefällt mir. Das macht mich sehr glücklich. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Follow da. Und kommt auch mal im Stream vorbei. Auch gerade jetzt, wo alles wieder funktioniert. Und bis dann, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Sogar Platin 2 wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hier. Also share. hier. Bis zum nächsten Mal.